Hallo zusammen! Ich stelle euch hier das Spiel der Kartograph vor. Es ist ein sogenanntes Flip and Write Spiel, das heißt ihr deckt nach und nach Karten auf, nach deren Vorgaben ihr dann in euren Spielplan zeichnet. Es hat eine angegebene Spieldauer von 30 bis 45 Minuten und eine aufgedruckte Spielerzahl von 1 bis 100. Und wie genau das Spiel funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. In der Spielbox findet ihr zuallererst einen Block mit 100 doppelseitig bedruckten Landkarten. Dies sind die Spielpläne, auf denen die Spieler ihre Landschaften kartografieren. Für das Kartografieren könnt ihr die beiliegenden Bleistifte verwenden. Oben links können die Spieler ihren Namen und einen beliebigen Titel eintragen. Rechts davon ist Platz für eine erdachte Bezeichnung der zu entdeckenden Provinz und für ein erfundenes Wappen. Darunter befindet sich in einem 11x11 Felderraster die Landkarte, auf der vertikalen Achse mit A bis K gekennzeichnet und horizontal mit 1 bis 11. Die Felder sind dabei durch kleine gestrichelte Linien voneinander abgegrenzt und größtenteils leer. Diverse Felder enthalten aber schon Symbole, so zeigen sechs Felder in Form von Säulen eine Ruine. Daneben sind fünf braune Gebirge aufgedruckt, die auch eine kleine Münze zeigen. Die Gebirgsfelder sind quasi belegt, aber wenn ihr das Gebirge in vertikaler und horizontaler Linie umschließt, erhaltet ihr als Belohnung die Münze. Zur Erinnerung ist dies nochmal unter der Landkarte links aufgedruckt. Erhaltene Münzen könnt ihr in eurer Schatztruhe markieren. Neben den fünf Münzen, die ihr von den Gebirgen erhalten könnt, gibt es im Spielverlauf noch weitere Möglichkeiten, an Münzen zu kommen. Das Spiel wird über vier Jahreszeiten gespielt, dabei ist für jede Jahreszeit eine Wertungsbox aufgedruckt. Die Summe aus allen vier Boxen ergibt am Spielende eure Gesamtpunktzahl. In klein oben rechts findet ihr noch mit A oder B angegeben, welche Spielplanseite vor euch ausliegt. Die B-Seite unterscheidet sich in einer anderen Anordnung der Gebirge und Tempel als auch durch ein großes Ödnisfeld, das in der Mitte der Landkarte aufgedruckt ist. Neben den Landkarten findet ihr 13 Erkundungskarten. Diese geben im Spielverlauf vor, was ihr einzeichnen dürft. Die farbigen Quadrate zeigen, welche Geländeart ihr zeichnen könnt. Davon gibt es in Summe fünf Stück, Wald, Dorf, Acker, Wasser und Monster. In welcher Form ihr eins der gewählten Gelände einzeichnen dürft, findet ihr darunter abgebildet. Jede Erkundungskarte zeigt dabei entweder eine Form und mehrere mögliche Geländearten oder eine Geländeart und zwei mögliche Formen. Um links ist aufgedruckt, wie viele Zeiteinheiten die Karte in der aktuellen Jahreszeit beansprucht. Manche Erkundungskarten zeigen eine Tempelruine. Diese machen den Spielern die Vorgabe, auf Ruinenfeldern zu zeichnen. Vier Hinterhaltskarten bringen die Geländearten Monster ins Spiel. Die Monster werden von den Mitspielern eingezeichnet. Ob dabei vom linken oder rechten Nachbarn gezeichnet wird, zeigt das Symbol unten links. Daneben ist die auf der Landkarte einzuzeichnende Form der Monsterfelder aufgezeigt. 16 Wertungskarten geben die Wertungsbedingungen im Spiel vor. Diese unterteilen sich in vier Typen, die auf der Rückseite gekennzeichnet sind. Wofür es Siegpunkte, im Spiel auch Ruhmpunkte genannt, gibt, ist im Text aufgeführt und darüber noch bildhaft veranschaulicht. Ihr findet noch vier Jahreszeiten und vier Dekretkarten. Unter jedes Dekret wird beim Spielaufbau eine zufällige Wertungskarte platziert. Die Jahreszeiten geben dabei an, welche Dekrete bzw. Wertungskarten in der aktuellen Jahreszeit gewertet werden. Daneben ist oben links aufgedruckt, wie viel Zeit die Spieler bis zum Ende der Jahreszeit haben. Abschließend liegt noch eine Mini-Erweiterung bei, mit einer Regelkarte und acht Fertigkeitenkarten. Zum Spielaufbau nimmt jeder Spieler eine unbeschriebene Landkarte und einen Stift. Die Spieler entscheiden gemeinsam, ob sie mit der A- oder der B-Seite spielen. Die Felder für Name, Titel, Provinz und das Wappen können die Spieler nach Belieben befüllen. Die Dekrete werden von A bis D nebeneinander offen in die Tischmitte gelegt. Die Wertungskarten sortiert ihr nach ihren Rückseiten. Ihr mischt die vier Stapel getrennt voneinander und nehmt jeweils die oberste Karte jedes Stapels. Die restlichen Wertungskarten gehen zurück in die Box. Die vier gezogenen hingegen legt ihr nun zufällig offen unter je einem der vier Dekrete aus. Anschließend platziert ihr die Jahreszeitenkarten neben den Dekreten und zwar so, dass der Wind da unten liegt, gefolgt vom Herbst, da drauf der Sommer und ganz oben der Frühling. Danach legt ihr die 13 Erkundungskarten verdeckt neben die Jahreszeitenkarten. Die vier Hinterhalte mischt ihr als verdeckten Stapel zusammen und legt die oberste Karte davon auf den Erkundungskartenstapel. Zuletzt mischt ihr auch den Erkundungskartenstapel durch. Damit ist der Spielaufbau auch schon abgeschlossen und das Spiel kann losgehen. Das Spiel läuft über vier Jahreszeiten, in denen die Spieler versuchen, die meisten Ruhmpunkte zu erlangen. Jede Jahreszeit wird über mehrere Runden gespielt, die je aus drei Phasen bestehen. Dem Erkunden, wo die oberste Karte des Erkundungskartenstapels aufgedeckt wird. Dem Zeichnen, wo die Spieler eine der abgebildeten Geländeformen einzeichnen und zuletzt dem Überprüfen, ob eine weitere Runde gespielt wird oder die Jahreszeit zu Ende ist. Am Ende der Jahreszeit wird dann jeweils eine Wertung durchgeführt. In der ersten Phase einer Runde, dem Erkunden, deckt irgendein Spieler die oberste Karte des Erkundungskartenstapels auf und legt sie in die Mitte der Spielfläche. Sollten schon Erkundungskarten ausliegen, legt ihr die neue Karte leicht versetzt oben drauf, sodass ihr die aufgedruckten Zeiteinheiten aller Karten oben links noch erkennen könnt. Wenn die aufgedeckte Karte ein Ruinsymbol zeigt, legt ihr die Karte ebenso wie gerade beschrieben oben drauf, allerdings deckt ihr sofort eine weitere Karte auf. In jeder Erkundungsphase wird also eine Karte aufgedeckt, es sei denn, es wird eine Tempelkarte gezogen, dann können gegebenenfalls mehrere Karten aufgedeckt werden. Nach dem Erkunden zeichnet ihr in der zweiten Phase alle gleichzeitig eine Form auf eurer Landkarte ein und füllt sie mit einer der aufgezeigten Geländearten aus. Beispielsweise hier fünf zusammenhängende Felder, die entweder mit der Geländeart Wald oder Dorf gefüllt werden können. Es muss dabei aber in jedes Feld der Form die gleiche Geländeart gezeichnet werden. Beim Einzeichnen gelten die folgenden Regeln. Ihr dürft die gewählte Form überall auf der Landkarte einzeichnen. Dabei muss sie nicht an den Rand oder an andere bereits eingezeichnete Form angrenzen. Die gewählte Form darf aber nicht über den Rand oder auf bereits ausgefüllte Felder gezeichnet werden. Die fünf Gebirgsfelder als auch auf der B-Seite die Ödnisfelder gelten als bereits ausgefüllt und dürfen nicht überzeichnet werden. Die sechs Ruinenfelder sind hingegen nicht ausgefüllt und dürfen übermalt werden. Beim Einzeichnen der Form dürft ihr diese beliebig drehen und spiegeln oder beides. So könnte man die Form dieser Karte auch gespiegelt und gedreht hier oben einzeichnen. Kann man keine der vorgegebenen Formen regelgerecht einzeichnen, beispielsweise gegen Spielende, wenn die Landkarte schon recht voll ist, muss man eine Form der Größer 1x1 einzeichnen. Also man füllt ein Feld auf der Landkarte aus. Dabei kann man eine Geländeart nach Wahl einzeichnen. Das Zeichnen der 1x1 Form ist aber nicht optional. Wenn man eine vorgegebene Form einzeichnen kann, muss man dies auch tun. Manche Formen zeigen noch eine Münze. Wenn man diese Form wählt, darf man eine Münze in seiner Schatztruhe markieren. Wie vorab erwähnt, erhält man ebenso eine Münze, wenn man alle vier Felder, die an ein Gebirgsfeld waagerecht und senkrecht angrenzen, ausgefüllt hat. Die Felder, die nur diagonal benachbart sind, sind dabei unbedeutend. Wurden beim Erkunden eine oder mehr Karten mit dem Ruinsymbol aufgedeckt, musste man noch eine neue Karte aufdecken, die eine Form und ein Gelände vorgibt. Eine der Formen der nach der Ruinenkarte aufgedeckten Erkundungskarte muss man so einzeichnen, dass sie ein Ruinenfeld auf der Landkarte überdeckt. Beispielsweise könnte man diese Form oben rechts über dem Tempel einzeichnen und damit auch gleich zwei Felder neben einem Gebirge belegen. Kann jemand die vorgegebene Form nicht regelgerecht einzeichnen, weil beispielsweise schon alle Ruinenfelder belegt sind, so muss dieser Spieler stattdessen eine Einmaleinsform eines beliebigen Geländetyps auf seiner Karte zeichnen. Auch hier ist dies nicht optional, kann ein Spieler die Form irgendwo über einer Ruine einzeichnen, muss er das auch tun. Sollte eine Hinterhaltskarte aufgedeckt werden, wird die eigene Landkarte an den Spieler zur linken oder zur rechten weitergegeben. Das Symbol unten links gibt dabei an, in welche Richtung ihr die Landkarte weiterreicht. Hier beispielsweise gegen den Uhrzeigersinn nach rechts. Auf der erhaltenen Landkarte zeichnet ihr dann nach den genannten Regeln die vorgegebene Form ein und füllt sie mit der Monstergeländeart aus. Auch das Überzeichnen von Ruinen ist dabei erlaubt. Ist kein Platz mehr für die Monsterform, zeichnet ihr irgendwo auf der Karte ein Einmaleins Monstergelände ein. Bei der Karte Grottenschratüberfall sind zwei leere Felder zwischen den Monsterfeldern abgebildet. Diese Felder dürfen beim Einzeichnen leer oder ausgefüllt sein. Wichtig ist nur, dass die beiden Zweierformen von zwei Feldern getrennt sind. Die Landkarte gibt man nach dem Einzeichnen der Monster wieder an den Besitzer zurück und die Hinterhaltskarte wird dann aus dem Spiel entfernt. Zu beachten ist, dass Ruinenkarten Hinterhaltskarten nicht beeinflussen. Zieht man eine Ruine und im Anschluss den Hinterhalt, handelt man den Hinterhalt regulär ab. Die Monster müssen dabei nicht auf Ruinen gezeichnet werden. Wenn der Hinterhalt abgehandelt und abgelegt ist, sieht man eine neue Erkundungskarte, für die dann die Ruinenkarte zu beachten ist. Haben alle Spieler das Zeichnen abgeschlossen, wird im dritten Schritt überprüft, ob die Jahreszeit zu Ende ist. Die oberste Jahreszeitenkarte gibt dabei an, wie lange die aktuelle Jahreszeit andauert. Der Frühling und Sommer mindestens acht Zeiteinheiten, der Herbst mindestens sieben und der Winter mindestens sechs Zeiteinheiten. Man summiert die Zeiteinheiten der aufgedeckten Erkundungskarten und wenn die Summe den Zeitwert der Jahreszeitenkarte erreicht oder überschreitet, ist die Jahreszeit beendet. Sollte die Summe kleiner sein, als durch die Jahreszeitenkarte vorgegeben, beginnt man stattdessen eine neue Runde. Wenn die Jahreszeit endet, wird die Wertung der Jahreszeit durchgeführt. Als erstes erhalten die Spieler Ruhmpunkte für die Wertungskarten, die unter denen der Jahreszeit zugeordneten Dekreten ausliegen. Beispielsweise im Frühling die Wertungskarten unter A und B. Dabei gibt es verschiedene Wertungskarten im Spiel, wie hier beispielsweise die Karte Grünfläche, die je einen Ruhmpunkt für jede Zeile und jede Spalte mit mindestens einem Waldfeld bringt. Einen Überblick über alle 16 Wertungskarten findet ihr in der Anleitung. Einige Wertungskarten beziehen sich auf Gebiete. Dabei sind alle angrenzenden Felder gleicher Geländeart ein Gebiet, unabhängig davon, ob diese zur gleichen Form gehören oder nicht. Angrenzend bedeutet dabei waagerecht oder senkrecht benachbart. Diagonal daneben liegende Felder gelten nicht als angrenzend. Die erhaltenen Ruhmpunkte tragen die Spieler in der Wertungsbox in den Feldern oben links und oben mittig ein, für das Dekret A entsprechend im Feld A und für das Dekret B im Feld B. Nach der Wertung der Wertungskarten erhalten die Spieler noch jeweils einen Ruhmpunkt für jede Münze in ihrer Schatztruhe, bei zwei Münzen beispielsweise zwei Ruhmpunkte. Die erzielten Punkte werden dabei in das Feld links unten geschrieben. Anschließend verliert ihr noch einen Ruhmpunkt für jedes leere Feld eurer Landkarte, das an ein oder mehrere Monsterfelder angrenzt. Die Monster versucht ihr im Spielverlauf also möglichst mit anderem Gelände zu umschließen, um eure Minuspunkte zu reduzieren. Dabei sind auch hier nur die zu den Monstern angrenzenden Felder in gerader Linie zu berücksichtigen. Die abzuziehende Zahl an Ruhmpunkten tragt ihr unten mittig in das Feld ein. In diesem Beispiel grenzen vier leere Felder an die Monster an, das ergibt also vier Minuspunkte. Die Summe aus allen vier Feldern ist dann das Ergebnis der Jahreszeit, das ihr in das rechte Feld schreibt. Wenn die letzte Jahreszeit der Winter gewertet wurde, wird das Spielende eingeläutet. Bei allen anderen Jahreszeiten hingegen wird die nächste Jahreszeit vorbereitet. Dazu legt man die aktuell oben liegende Jahreszeitenkarte zurück in die Spielbox, um die nächste Jahreszeit sichtbar zu machen. Alle aufgedeckten Erkundungskarten werden wieder verdeckt auf den Erkundungskartenstapel gelegt. Man fügt eine Hinterhaltskarte hinzu und mischt den Stapel im Anschluss. Dann beginnt die nächste Jahreszeit mit der ersten Runde. Zu beachten ist dabei, wenn man in der Vorjahreszeit keinen Hinterhalt aufgedeckt hat, können in der aktuellen Jahreszeit nun mehrere Hinterhalte gezogen werden. Sollte das Spiel hingegen nach der Winterwertung zu Ende sein, zählt man die Ruhmpunkte aller Jahreszeiten zusammen. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl hat dann das Spiel gewonnen. Im Falle eines Gleichstandes gewinnt der Spieler, der weniger Ruhmpunkte durch Monster verloren hat. Sollte immer noch Gleichstand bestehen, teilen sich die am Gleichstand beteiligten Spieler den Sieg. Spielt ihr mit der Fertigkeitenerweiterung, mischt ihr die acht Fertigkeitenkarten beim Spielaufbau und deckt drei zufällige davon auf. Die drei gezogenen Karten legt ihr dann offen neben die Dekrete. Die anderen fünf Karten gehen zurück in die Box. Einmal in jeder Jahreszeit dürfen die Spieler jeweils eine der ausliegenden Fertigkeiten verwenden. Dazu müssen sie aber die Kosten in Münzen bezahlen und zwar so viele Münzen, wie oben rechts auf der Karte aufgedruckt sind. Bei der Karte Akrobatik beispielsweise zwei Münzen oder bei der Heilkunde und Diplomatie jeweils eine Münze. Um eine oder mehr Münzen für den Einsatz einer Fertigkeit zu zahlen, streicht man die Münzen in der eigenen Schatztruhe durch. Davor muss man aber bereits Münzen erhalten haben. Das heißt, wer keine Münzen in seiner Schatztruhe hat, kann auch keine Fertigkeiten verwenden. Daneben gilt, dass man für gezahlte Münzen am Jahreszeitenende keine Ruhmpunkte mehr erhält. Der Spieler würde also hier in der Wertung statt zwei Ruhmpunkten nur noch einen Ruhmpunkt für seine Münzen erhalten. Neben der entsprechenden Wertungsbox der Jahreszeit solltet ihr eine Notiz machen, die euch daran erinnert, dass ihr in der Jahreszeit eine Fertigkeitenkarte eingesetzt habt und ihr keine weitere mehr einsetzen dürft. Das als Überblick zu den Spielregeln. Im Folgenden zeige ich noch eine Beispielrunde. Wir haben das Spiel hier bereits aufgebaut und wir treten gegen mehrere Mitspieler an. Wir starten mit der ersten Jahreszeit den Frühling und bevor wir mit dem Zeichnen beginnen, schauen wir uns an, was unter A und B gewertet wird. Zum einen erhalten wir am Jahreszeitenende für den Schildwald einen Ruhmpunkt für jedes Waldfeld, das an den Rand angrenzt. Neben A wird für den Frühling auch noch das B-Dekret gewertet, und zwar die Metropolenwertungskarte. Diese gibt einen Ruhmpunkt für jedes Dorffeld in dem größten Dorfgebiet. Dabei darf aber keines dieser Dorffelder an ein Gebirge angrenzen. Wir starten nun die Runde mit dem Aufdecken der ersten Erkundungskarte. Dabei können wir entweder Acker oder Wasser in einer L-Form in unsere Landkarte zeichnen. Die Form entscheiden wir uns ungedreht und ungespiegelt oben rechts neben unserem Gebirge einzuzeichnen. Wir können uns nun zwischen der Geländeart Acker und Wasser entscheiden und wir wählen den Acker. Nachdem alle Spieler ihre Form eingezeichnet haben, wird die nächste Erkundungskarte aufgedeckt. Hier haben wir nun die Wahl, ein kleines Dorfgebiet oder ein größeres Dorfgebiet einzuzeichnen. Wählen wir das kleinere, erhalten wir sofort eine Münze. Da es für die Anzahl an Dorffeldern durch das B-Dekret auch Ruhmpunkte gibt, entscheiden wir uns für die größere Form. Diese zeichnen wir einmal gedreht rechts in unsere Landkarte ein und achten darauf, dass sie kein Gebirge berührt, denn würde unser Dorfgebiet ein Gebirge berühren, würde es keine Punkte mehr bringen. Als nächstes wird die Erkundungskarte Obsthain aufgedeckt. Dieses erlaubt uns, entweder ein Waldgebiet oder einen weiteren Acker einzuzeichnen. Da Wald am Spielplanrand Punkte bringt, entscheiden wir uns für den Wald. Diesen zeichnen wir dabei gedreht und gespiegelt in die untere linke Ecke unserer Landkarte. Die nächste Karte, die wir aufdecken, ist eine Tempelruinenkarte. Durch diese Karte selbst müssen wir nichts einzeichnen. Stattdessen müssen wir sofort eine weitere Erkundungskarte aufdecken und die darauf abgebildete Form müssen wir auf einer Tempelruine einzeichnen. Wir wählen dabei die Form unten links und zeichnen sie oben rechts neben unserem Gebirge ein. Da wir uns für die kleinere Form entschieden haben, erhalten wir noch eine Münze als Belohnung und dürfen diese entsprechend in unserer Schatztruhe markieren. Die nächste Karte, die wir aufdecken, ist eine Hinterhaltkarte und besagt, dass wir unsere Landkarte an den Spieler zur linken weitergeben müssen. Dementsprechend geben wir unsere Landkarte weiter und erhalten eine von rechts. Das auf der Hinterhaltkarte abgebildete Monstergebiet können wir nun irgendwo auf der gegnerischen Landkarte einzeichnen. Um es dem Mitspieler so schwer wie möglich zu machen, die Monster zu umranden, zeichnen wir sie irgendwo in eine freie Ecke der Landkarte. Ebenso gemeint von uns, wir zeichnen die Monster über eine Tempelruine. Das macht dem Spieler in Zukunft beim Ziehen einer Tempelruinenkarte das Leben etwas schwerer. Nachdem alle Spieler die Monster eingezeichnet haben, gehen wir die Landkarte wieder zurück. Unsere Mitspieler haben es auch nicht gut mit uns gemeint, sie haben die Monster auf unserer Landkarte ebenso in eine freie Ecke platziert. Die abgehandelte Hinterhaltskarte wird dann aus dem Spiel entfernt. Bei der nächsten Erkundungskarte, die wir aufdecken, haben wir die Wahl zwischen einem Zweifelder- oder einem Fünffelder-Ackerland. Wir entscheiden uns für das Zweifelder-Ackerland, das wir oben angrenzend zu unserem Gebirge einzeichnen. Durch die Wahl der Form erhalten wir noch eine Münze und da wir nun ein Gebirge vollkommen umrandet haben, erhalten wir eine weitere Münze als Belohnung. Wir stehen inzwischen bei unseren Erkundungskarten bei sieben Zeiteinheiten, da der Frühling acht Zeiteinheiten zulässt, dürfen wir noch eine weitere Karte ziehen. Die nächste Karte, die wir ziehen, ist der Sumpf, ein Wald- oder Wassergebiet in T-Form. Wir entscheiden uns für das Waldgebiet und zeichnen es unten neben den Monstern ein, damit wir die Minuspunkte durch die Monster noch etwas reduzieren. Mit den aufgedeckten Erkundungskarten kommen wir nun auf einen Zeitwert von 9, was dementsprechend den Frühlingswert überschreitet, der besagt, dass bei einem Zeitwert von 8 die Jahreszeit endet. Wir sind damit nun am Jahreszeitenende angekommen und führen die Wertung für den Frühling durch. In dieser müssen wir die Wertungskarten, die unter dem A- und B-Dekret liegen, berücksichtigen. Für die erste Wertungskarte erhalten wir für jedes Waldfeld, das an den Rand unserer Landkarte angrenzt, einen Ruhmpunkt. In unserem Fall sind das 4 plus 3 Felder, das heißt, wir erhalten in Summe sieben Ruhmpunkte. Durch das B-Dekret erhalten wir für unser größtes Dorfgebiet, und zwar für jedes Dorffeld darin einen Ruhmpunkt. Unser größtes Dorfgebiet besteht aus 5 Feldern, das heißt, wir erhalten 5 Ruhmpunkte. Im Verlauf der Jahreszeit haben wir 3 Münzen angesammelt, das ist dann entsprechend in der Box unten links einzutragen. Nun müssen wir die Minuspunkte der Monster zusammenzählen, und da 5 Felder angrenzend in gerader Linie zu den Monstern leer sind, erhalten wir 5 Minuspunkte. In Summe haben wir den Frühling also mit 10 Punkten abgeschlossen. Die Jahreszeit Karte legen wir nun ab und machen so den Weg frei für den Sommer. Die angesammelten Erkundungskarten werden zurück auf den Erkundungskartenstapel gelegt und die oberste Hinterhaltskarte auf diesen. Der Stapel wird dann noch einmal durchgemischt und dann beginnt die nächste Jahreszeit. Das Spiel wird dabei über Sommer, Herbst und Winter weitergespielt und am Ende gewinnt der Spieler, der die meisten Ruhmpunkte sammeln konnte. An der Stelle beende ich die Beispielrunde mit euch und ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck von dem Spiel gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage tschau und bis zum nächsten Mal.